Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu. Zeit für uns mal ins nächste Jahr zu schauen. Und bei mir ist Robert Halver von der Baader Bank. 2018 war ja bekannt für die politischen Themen von Trump, Brexit, Italien-Haushalt. Viele Themen auf dem Tableau wird uns das erst mal 2019 weiter beschäftigen. Ja, auch im nächsten Jahr, 2019, wird das Jahr sehr politisch sein. Ich hoffe aber trotzdem eine 180-Grad-Wende. Denn in diesem Jahr, muss man sagen, hat die Politik keine Probleme gelöst, sondern geschaffen. Insbesondere der weise Mann im Weißen Haus, der dabei ist, Amerika als Führungsnation auch auf der moralischen Ebene kaputt zu machen, wie ein Apfel, der wurmstichig ist, das ist sehr gefährlich. Siehe Syrien, Afghanistan, Truppenabzug, da stehen dann Vakums, das ist nicht gut. Das andere Thema ist natürlich, was machen wir mit Europa? Wir sehen im Augenblick, Italien hat sich ja mit der EU verständigt auf mehr Schulden. Das heißt, die Instabilität ist der Preis dafür, damit Europa zusammenbleibt. Und dann das Thema natürlich US-Zinspolitik. Auch hier muss man wieder auf Herrn Trump verweisen, der die FED massiv angreift. Und die FED logischerweise aus Gründen der Glaubwürdigkeit eher strikter sein muss, als sie will. Denn jeder in Amerika weiß eigentlich, wir brauchen keine Zinserhöhungen mehr. Also manchmal ist es sehr sinnvoll, einfach nur den Mund zu halten. Das Thema Leitzinsen haben wir im Dezember auch noch mal gesehen. Die FED hat den Leitzins, wie sie auch angekündigt hatte, eigentlich dann noch mal gehoben. Für nächstes Jahr sind vielleicht zwei Leitzinserhöhungen im Gespräch. Glauben Sie, dass das kommen wird? Und wird das die US-Märkte dann doch eher belasten? Wir brauchen keine Zinserhöhungen. Heute schon haben wir eine sehr flache Zinsstrukturkurve. Das heißt, für die Banken lohnt es sich gar nicht, wenn Amerika Kredite zu geben, weil einfach die Zinsmarsch so gering geworden ist. Also von daher sollte man nichts machen. Nur solange der alte weiße Mann im weißen Haus gegen die FED schießt, muss sie was machen, um zu sagen, wir sind unabhängig. Es darf nie der Eindruck aufkommen, dass eine US-Notenbank am Bündel hängt, an der Marionettenschnur von Herrn Trump. Das darf nicht sein. Denn normalerweise brauchen wir keine Zinserhöhungen mehr. Und ich glaube auch und ich hoffe auch, dass im nächsten Jahr keine weitere Zinserhöhung kommt, weil die Weltwirtschaft und die amerikanische Wirtschaft es nicht mehr braucht. Und das wäre gut für die Aktienmärkte. Kommt der Brexit 2019 oder wird durch ein neues Referendum doch noch alles abgeblasen? Ja, man hat ja durchaus einen Weihnachtswunsch. Und mein Weihnachtswunsch wäre natürlich, wenn man schon im Januar diesen Brexit-Deal abschmettert vom Parlament, dass man dennoch kurz vor dem 29. März, wo die Trennungszeit Großbritannien-EU aufhört, wo es am nächsten Tag also dann ins Eingemachte ganz fürchterlich wird, dass man ein paar Tage vorher seines Parlaments die Regierung zwingt zu sagen, wir machen, wir treten zurück vom Brexit. Das dürfen Sie jetzt rechtlich. Wir haben ja die höheren Weihen vom höchsten Gericht in Europa, dass das geht. Und dass man sagt, lieber No-Brexit als ein No-Deal-Brexit, weil das macht so viel kaputt. Noch mehr in Großbritannien, aber auch für Europa von der Grundverfassung her, von Import-Export-Strömen, was die Banken angeht in Großbritannien, was Flugverkehr angeht, das braucht kein Mensch. Also von daher erwarte ich von den Briten das, was sie eigentlich immer geliefert haben, Rationalität und bitte kein Rinderwahn. Was bedeutet das für Anleger? Sehen Sie da ein paar Branchen, die schon jetzt interessant sind, wo die Kurse eher tief liegen? Oder sollte man noch ein bisschen abwarten und dann eher zum zweiten Quartal einsteigen? Die Bewertungen sind nicht mehr hoch, zumal ja auch die größte Alternativanlageklasse das Zinsvermögen weiterhin völlig interessant im nächsten Jahr bleiben wird. Wenn sich ein bisschen Auffällung ergibt von der Politik, dann muss man gerade in Deutschland und in Europa die zyklischen Branchen haben. Aber bitte, man sollte auch den Dividendenwerten treu bleiben. Im nächsten Jahr gibt es mindestens eine genauso hohe Dividende wie im Jahr 2018, sehr positiv. Aber wir brauchen diesen Auftrieb der Politik. Ansonsten aber unbedingt regelmäßig Aktienansparpläne weiterführen. Und wenn ein bisschen das Dunkle, die dunkle Glocke, die über den Aktienmärkten hängt, wenn ein bisschen gelüftet wird, ein bisschen Licht reinkommt, dann bitte Aktien kaufen. Sagt Robert Halver von der Baader Bank. Danke Ihnen für 2018. Wir freuen uns auch mit Ihnen im nächsten Jahr wieder hier von der Börse zu berichten. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer. Wir wünschen Ihnen dann einen guten Rutsch in einigen Tagen. Bleiben Sie gesund bis 2019.